Prinz William und Kate Middleton haben der Welt endlich ihren kleinen Sohn gezeigt. Bei seinem ersten öffentlichen Auftritt wiegten sie den Prinz in einer Decke, als sie aus dem St. Mary's Krankenhaus in London kamen. Die Herzogin von Cambridge sah wunderschön aus, als sie und der Herzog die Menge begrüßten und Reporterfragen beantworteten. Das strahlende Paar meinte, dass sie immer noch wegen eines Namens überlegen. Ein paar Tage Wartezeit, bis der Name veröffentlicht wird, ist nicht ungewöhnlich, da er in der Tat dasselbe als William geboren wurde. Das Baby konnte man kaum sehen unter der gemütlichen Decke, nur der Kopf und seine kleinen Hände schauten heraus. Der Prinz von Cambridge, der am Vortag geboren wurde, wiegt 3,8 Kilo. Nach dem ersten öffentlichen Auftritt können sich die zwei jetzt seelenruhig um den kleinen Wonneproppen kümmern. Nachdem der